Hallihallo und herzlich willkommen hier zurück bei NHL19. Jawohl, heute gibt es nicht nur die Teamvorstellungen, nein, wir reden auch über das Community-Team of this Season. Aber zuerst, ja, es gibt diesen Monat ein 99 P.K. Subin, der Montreal Canadiens, als James Norris Memorial Trophy-Winner, als bester Verteidiger der Liga von den NHL Awards, 80 Collectibles und der nette Herr Subin mit 99. Den versuche ich übrigens aktuell auf Hoot-Database irgendwie in unser Team noch einzubauen, weil in 99. Subin sollte man oder könnte man theoretisch immer im Team haben. Das würde nicht schaden. Das Ganze wirkt sich aber nicht auf seine Evolution-Karte. Auf seine Evolution-Karte steht aktuell weiterhin bei 89. Genau, dann gibt es das Team of this Season. Da sind ganz, ganz viele Spiele dabei. Patrick Leinig, Lord Giroux, Phil Kessel, Drew Doughty, Chris Letang, Carey Price sind die Top-Liner, die es hier gibt. Dann haben wir noch Braden Holpe, Oliver Eggman, Larsen, Seth Jones, Brock Böser, Matthew Brasel, Tyler Seguin, TJ O.C., Jonathan Marches, Holt, Max Domi, Tyson Berry und Rasmus Ristolainen. Außerdem haben wir noch William Nylander und Jeff Skinner. Außerdem gibt es ein 92 Jason Spetzer. Jeder, der die Entwicklungsherausforderungen damals gemacht hat, sollte jetzt ein 92 Jason Spetzer im Verein haben. Das kann ich euch mal kurz zeigen oder zeige ich euch später, weil ich erst mal würde ich euch das Team vorstellen, sonst verrate ich alles. Es gibt natürlich wieder Ziele und Sets. Wenn wir da aufs Event gucken, oh, habe ich schon alles abgeschlossen, also es gibt kein Event mehr die letzten sieben Tage. Genau, haben wir die Sets. Und bei den Sets, ich kann mal gleich mal reinschauen, vier Community Collectibles für eine 20% Chance auf einem Team of the Year Player. 18 Community Collectibles für Community Team of the Year Choice Pack, also 18 und 70 für drei der sechs besten Spielobjekte. Also da hat sich eigentlich nichts geändert bis auf die vier. Monthly Rewards sind wir schon, ich bin schon brav dabei. Ich glaube, kann man sagen oder kann ich sagen, dass ich da ganz gut mit dabei bin. Müsst ihr euch auch mal die Daily Challenges wieder anschauen, ob da auch wieder was dabei ist. Genau, beziehungsweise die Daily Challenges können wir uns generell mal anschauen, denn bei den Daily Challenges müsste generell wieder eine neue Ding dazu kommen. Jawohl, die haben wir hier auch, ich habe hier nur eins von 16, aber ganz einfach. Verträge Pack 500 Münzen, wow, die 500 Münzen können sie sich sparen. Community Team des Jahres, Sammelobjekt, okay, das lässt sich eingehen, dass man sowas macht. Und dann haben wir noch Team of the Year Community Challenges, monatliches Sammelobjekt April, Bronze Pack, Sammelobjekt, Verträge Pack, Silber Pack, Sammelobjekt. Mini Community Team des Jahres, also man kriegt drei Sammelobjekte, die man vermutlich nicht tauschen kann, das heißt, man müsste sich eins kaufen und findet 20% Chance. Das kann man theoretisch dann mal probieren. Genau, so sieht es aus. Ich frage, ob da vielleicht sogar noch eins drin ist, das wäre natürlich ultimativ, die werden wir wieder durchspielen. Also, ja, und dann kommen wir, glaube ich, zum Hauptpunkt. Willkommen in einem 99-Gesamt-Overall-Team, willkommen bei neun Einzelsynergien und drei Team-Synergien. Genau, und aktuell versuche ich dann noch irgendwie PK-Suben einzubauen. Aber fangen wir mal vorne an. Wir haben Mitch Marner alle vier aktiv, wir haben Connor McDavid alle vier aktiv, wir haben Nikita Kucherov alle vier aktiv, wir haben bei Johnny Gaudreau alle vier Synergien aktiv, wir haben bei Jonathan Taves alle vier Synergien aktiv und wir haben bei Stephen Stamkos alle vier Synergien aktiv. Dasselbe betrifft Braden Point, Patrick Kane und Jonathan Tavares in der Offense. Die einzigen, die nicht alles aktiv haben, sind Patrice Bergeron, da fehlt mir der Abwehrkrieger, Marc Messier, fehlen mir zwei und Gabriel Landeskog fehlen mir ebenfalls zwei. Aber HH nur ganz knapp und DW fehlt mir auch nicht viel. In der Verteidigung spielt bei uns Eric Carlson mit allen vier Synergien aktiv. Neben ihm spielt Rasmus Risselein, dem fehlt nur eine Synergie. Dahinter spielt mittlerweile Roman Yossi und John Carlson, die letzte Verteidigungsreihe, fehlen jeweils eine Synergie und einmal zwei Synergien. Und in der letzten Reihe steht Viktor Hedman und John Klingberg. Jawohl, John Klingberg könnte aber eben noch ersetzt werden von dem eben genannten PK Suben, wenn das möglich ist. Natürlich haben wir auch noch zwei Torhüter. Und diese zwei Torhüter und natürlich unser Chef-Trainer ist Brian Fiddler. Und unsere Torhüter sind André Wasilewski und Marc-André Fleury. Jawohl, also die haben 2,99er Torhüter. Können wir mal schauen, welcher dann besser ist. Die aktiven Synergien sind Aufbauspieler. Zwei Bonus auf offensives Bewusstsein, Passen und Fassung. Die Leute, die das haben, seht ihr hier unten. Wir haben Flitzer aktiv. Zwei Bonus auf Beschleunigung, Tempo und Beweglichkeit. Torpräsenz. Zwei Bonus auf Aggressivität, Balance, Hand-Auge-Koordination und Stärke. Bulli-Meister. Drei Bonus auf Bullis und Fassung. Zu Jonathan Taves kann ich nachher noch was sagen. Der hat nicht insgesamt plus sechs Bullis. Und deswegen spielt er bei mir überhaupt was. Und er hat dadurch 96 Bullis und nicht 90. Und das ist schon ein Vorteil. Gerade bei Jonathan Taves. Und ich spiele gerne mit Jonathan Taves. Deswegen passt das ganz gut. Schwertlid fehlt mir eins. Das ist eine Falle, fehlt mir viel. Schuss fordern ist auch noch aktiv. Zwei Bonus auf Offensivbewusstsein, Schlagschutzpräzision und Rüstschutzpräzision. Das ist natürlich schon herausragend, nenne ich es jetzt mal. Und da könnte ich eben Messier abgeben. Und ich habe eigentlich vor, Messier abzugeben, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, Zonen-Zauberer. Ist mir gerade die Frage, was war Messier's zweites, was aktiv ist. Sonst könnte man Zuber theoretisch auch mal angekauft. Schon TB. Das ist schlecht. TB hat Zuber nämlich nicht. Ähm, Zonen-Zauberer. Bonus auf D-King. Hat Augekondition und Puckkontrolle. Da haben wir noch Schussqualitäten. Bonus auf Balance, Rüstschutzpräzision. Drei Bonus, ähm, Breakout-Meister. Drei Bonus auf Beschleunigung und Rüstschutzkraft. Hammerzeit haben wir nicht aktiv. Dafür haben wir Klatschspieler aktiv. Zwei Bonus auf Ausdauer, Puckkontrolle und Rüstschutzpräzision. Dann haben wir die Team-Synergien. Für die Jungs. Drei Bonus für alle Spieler. Ähm, auf Balance, Ausdauer, Bullis und Schussblocken. Außerdem haben wir aktiv der Schöne. Für alle Spieler drei Bonus auf D-King, Hand-Augen-Koordination, Passen und Puckkontrolle. Und wir haben Brenner aktiv. Drei Bonus auf Beschleunigung, Beweglichkeit, Widerstandsfähigkeit und Tempo für das gesamte Team. Jawohl, das ist unsere Aufstellung. Biest und Abwehrkrieger. Fehlt uns Abwehrkrieger, könnten wir theoretisch vielleicht noch irgendwann vollkriegen. Ähm, müssen wir nur schauen, wen wir dann wo aufstellen. Genau. Also Zubern würde ich halt gerne reinnehmen. Dann fehlt uns aber ein TB, glaube ich. Wenn ich das richtig gesehen habe, das wäre schlecht. Nein, TB fehlt uns gar nichts. Das wäre nicht schlecht. Wie viel? Jetzt können wir natürlich nochmal schauen, wer viele Bullis hat. Das sind 97 Bullis. Das ist halt schon stark, aber ich kann mit Messier nicht spielen. Also ich komme mit ihm nicht so gut zurecht und das ärgert mich ein bisschen. Fassung, Bulli 86, theoretisch 89. 87, 96 Bullis. FM ist doch Bulli-Meister, oder? Ist FM Bulli-Meister? Ich glaube, ja. Können wir mal kurz nachschauen. Ja. Ja. Baden Point hat auch wie viele Bullis? 93. Das ist nicht schlecht. Könnten wir aufstellen. Und dafür könnten wir das PK Subin zum Beispiel hier reinstellen. Dritten Verteidiger. Schadet, glaube ich, nie. In der letzten Reihe. Ansonsten können wir immer noch schauen, ob irgendjemand B, U, N, P und PP hat nochmal. Ist natürlich viel. B, U, N, P und PP. Und jetzt zeige ich euch noch Jason Spetzer. Und dann ist die Folge für heute auch schon wieder beendet. Und zum Schluss der Folge ein großes Dankeschön an alle die, die mir geholfen haben. Ich kann euch leider namentlich nicht erwähnen, ist rechtlich nicht machbar, aber trotzdem ein großes, 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 großes Dankeschön für diesen tollen Spielertausch, die wir alle gemacht haben. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Meine Sammlung. Und zwar müsstet ihr jetzt hier Jason Spetzer finden. Suchen. Jetzt finde ich erstmal alle Spieler. Schaut mir natürlich schön aus. Erstmal 10,99er. Und jetzt müsste irgendwo hier unten ein Gebooster da. Genau. 92, Jason Spetzer. Also für die, die einen starken Spieler brauchen, den vielleicht schon erspielt haben, der hat er davor 82, glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, der hat jetzt 92. Genau. Joa. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und schauen mal, ob wir mit dem Team in Liga 4 auch bestehen können, so wie wir uns das wünschen. Deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle. Sei jetzt, ciao mit V und bis Mittwoch zum Spiel. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020